Mir war auf jeden Fall wichtig, dass die Thunfischdose verbrennt, weil die Thunfischdose, das zieht Wölfe an. Weil guck mal, guck mal hier, hier vorne ist alles dieser dunkle Wald. Und das könnte gut sein, wenn ich das stehen lasse, dass ganz plötzlich ein Wolf hier vorne steht oder so. Das ist mir schon mal passiert, das ist mir schon zweimal passiert, dass der Wolf plötzlich vor mir stand. Nur weil der das Essen gerochen hat. Ja genau, normalerweise sind Wölfe nur neugierig und gucken nur, aber wenn das ein Problem Wolf ist, dann ist Scheiße. Dann ist große Scheiße. Und genau, das will ich nicht riskieren, deswegen habe ich die Thunfischdose mit verbrannt. Äh genau, hier vorne brennt die rum. Ich freue mich, dass dieser Müllsack drin war. Weil ohne diesen Müllsack wäre das richtig unkomfortabel, das wäre richtig beschissen. Mit Müllsack ist viel besser. Ohne Müllsack hätte ich bestimmt richtig viele Zecken am Sack. So wie schon viel zu oft, ich habe schon sehr oft Zecken auf dem Sack gehabt. Und das hier hindert das dabei, also nicht zu 100%, aber das ist besser so. Und das ist angenehm auf die Beine. So ist besser mit Müllsack. Gut, dass der drin ist. Aber zwei Müllsäcke wären besser, damit ich das hier auch über den Kopf ziehen kann.